Jetzt geht's endlich ans Eingemachte. Ich zeige dir, welche Filme und welche Angler dich bei 12 Feet Pro ab Start und in naher Zukunft erwarten werden. Insgesamt sind schon 8 Filme von Beginn an bei 12 Feet Pro Online. 6 davon sind Abenteuer- und Roadtrip-Filme, ein Tutorial und ein How-To-Video. Was das im Einzelnen bedeutet, das klären wir jetzt im Nachfolgenden. Wir werden jede Woche neue Videos online stellen. Das versprechen wir. Nicht irgendwelche Kurzfilme, sondern bevorzugt dicke Abenteuer-Trips zwischen 30 und 60 Minuten Länge. Teilt sogar weit darüber hinaus. Meinen ersten 12 Feet Videodreh hatte ich im März 2021. Mann, da war es noch bitterlich kalt. Damit fiel aber der Startschuss für die Serie unterwegs mit Jucke. Wir wollen unsere Mitglieder stark mit einbinden und daher werde ich einige von euch in Zukunft besuchen. Und zwar mit der Kamera. So auch Ian Buttau in Episode 1. Ich folgte seiner Einladung zu einer spannenden Location im Osten Deutschlands. Mann, war das aufregend, sage ich euch. Ein richtiges Flussabenteuer, wie ich es so noch nicht erlebte. Die Location ist einfach einzigartig. Hier ein paar Ausschnitte. Der ganze Film geht übrigens 41 Minuten. Am Ende von Unterwegs mit Jucke Episode 1 erfährst du auch, wie du dich für einen Filmdreh bei uns bewerben kannst. Ich würde mich mega freuen, bald auch mit dir drehen zu können. Kurz darauf musste ich das erste Voice-Over-Projekt umsetzen. Also ein Film, den wir mit deutscher Stimme besprechen. So wie ihr das aus zahlreichen Dokus kennt, zum Beispiel Flussmonster oder Goldrausch in Alaska auf D-Max. Naja, ich habe auf jeden Fall die große Ehre, dem bekannten holländischen Angler Mark Hofmann oder Mark Hoffmann zu sprechen. Das Wetter ist beschissen und meine Laune auch. Ihr könnt es wahrscheinlich erraten, was gerade passiert ist. Schon bei der ersten Übersetzung in seiner Serie Keep Searching wurde mir klar, dass wir es hier mit einem extrem guten Karpfenangler zu tun haben, von dem wir alle sehr viel lernen können. Absolut stark, denn von ihm werden uns noch einige Filme in Zukunft erwarten. Da haben wir richtig Material und die werden alle nach und nach online gehen. Ab Start wird es schon drei Episoden von Keep Searching geben. Episode 1, 2 und 3, in der Mark acht Wochen durch Frankreich reist. Eine unglaublich fesselnde Serie, die man einfach nicht aufhören kann zu gucken. Danach ging es zu Lukas Welschenbach oder auch Luke einfach nur genannt, ein Teamangler von Nash. Wir werden für euch eine Stalking-Session einfilmen. Das wird eine richtig krasse Sache. Ich bin selber total heiß und gespannt, was er da macht. Er hat schon richtig gut gefangen über diese Technik dieses Jahr. Und das, obwohl das Wetter nach wie vor noch nicht so prickelnd war, erst jetzt sich entwickelt. Ja, irre, geil. Ich freue mich drauf und wünsche euch nachher viel Spaß bei dem Film auf 12 Feet Pro. Er ist Experte im Stalken. Also was lag da näher, als mit ihm ein Stalking-Tutorial aufzuzeichnen? Leute, ich sag euch, hier werden keine Fragen offengelassen. Und wenn doch, dann schreibt uns einfach gerne oder direkt Luke. Die Drohne kommt dabei übrigens auch zum Einsatz. Und Luke erklärt genau, wie er damit vorgeht, um schnellstmöglich Fische ausfindig zu machen. Aber auch, um damit zu lernen, wie sich die Fische in einem Gewässer verhalten, Zugruten, Ruheplätze etc. Ein super spannendes Thema, das er ausführlich behandelt. Noch am selben Abend fuhr ich zu Christoph Mühl. Mein guter Kumpel, Tracker und Successful Baits Teamangler, Großfischjäger und absoluter Baggersee-Experte. Besonders im Kölner Raum. Jawohl, da ist er. Nach einem schönen Abend mit leckerem Essen und guten Getränken sollte er mir am Folgetag alles über seine geheimnisvolle Partikel- und Teigzubereitung erklären. Als ich vor einigen Jahren das erste Mal mit Mühli filmen war, damals noch für Tracker, faszinierten mich schon immer seine Futtermischungen. Ich war super neugierig und mir wurde schnell klar im Gespräch, dass Christoph sich über Jahre sehr stark mit der Partikel-Fermentierung und der Teigzubereitung befasst hatte. Das Wissen saugte ich am Folgetag aus ihm heraus und bannte es auf Video. Daraus entstanden zwei How-To-Videos. Eines davon ist ab Start von 12G Pro Online, das zweite folgt kurz danach. In unserer Kategorie How-To geben wir euch exakte Anleitungen an die Hand, die ihr dann einfach nachmachen könnt. Aber Achtung, nur Sachen, die sich wirklich über Jahre bewährt haben und wo erfolgreiche Angler mit ihrem Namen hinterstehen. Quasi die Quintessenz des Karpfenangelns. Ich habe einige Zutaten gefunden, um diesen Fermentierungsprozess zu beschleunigen und zu verbessern. Doch das jetzt im nächsten Schritt bei der Zubereitung. Und ganz ehrlich, ich selber bereite meine Partikel mittlerweile genauso zu, wie Mühli es euch in dem Video erklärt. Und es ist absolut fängig. Ja, und dann wäre da noch das überkrasse Floßabenteuer von Michil Pilar und Marc Hoffmann. Ein Dreiteiler mit jeweils knapp 60 Minuten Laufzeit. Felix Kaczmarek, mein guter Freund und Gründer des 12 Feet Max, übernahm von dort an die Sprecherstimme von Michil Pilar. Ich übernahm natürlich wieder Marc Hoffmann. Ey, was hatten wir einen Spaß bei den Voice-Over-Arbeiten. Zusammen in einen Dialog zu kommen und dabei diesem krassen Abenteuer zu folgen. Das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Die erste Episode des Dreiteilers erwartet euch jetzt auf 12 Feet Pro. Die weiteren folgen in den nächsten Wochen. Und weil uns jetzt das erste gemeinsame Voice-Over-Projekt so viel Freude bereitet hat, ging es gleich weiter mit dem Film Die Blitz-Session. Auch hier spielen Michil und Marc, das super passende Duo, die Hauptrolle. In diesem Film war das Ziel für die beiden, dass jeder mindestens einen Fisch über 20 Kilo fängt und das in nur drei Tagen angeln. Ohne Nachtangeln wohlbemerkt. Die beiden zeigen, warum es sich auch für spontane Kurz-Sessions lohnt, ins Ausland zu reisen und erzählen darüber, wie du französische Gewässer viel schneller kennenlernst und wesentlich mehr Fangorgien feiern kannst. Außerdem erklären dir Marc und Michil, wie sie bei einer solchen Session vorgehen, um das Maximale herauszuholen. Kommt mit auf diese geniale Reise. So, das war ein grober Überblick. In der Summe haben wir fünf Stunden Spieldauer zum Start von 12 Feet Pro Online und in den nächsten Folgetagen wird es gleich weitere Filme für dich geben. Als nächstes erwartet dich zum Beispiel ein Film mit Mike Püker. Mit ihm behandeln wir das Thema, was ist eigentlich mit deinem Heiligen See passiert? Wann warst du das letzte Mal dort? Was kannst du berichten zur aktuellen Situation am gigantischen Lack de Saint-Cassien? Dicht gefolgt von Unterwegs mit Jucke Episode 2. Dort fahre ich für ein Wochenende zusammen mit Christian Wolf an einen deutschen Waldsee. Und kurz danach folgte ich Wolfi an einen großen deutschen Natursee, wo er und sein bester Angelbuddy Christian Espert die Saison 2021 so richtig einläuteten. Die Session lief rund, so viel kann ich euch sagen. Ja, und dann dauert es auch gar nicht lange, bis wir mit der packenden Serie des Carplifer-Couples Samir und Claire All About The Journey starten. Boah, da kriege ich echt Gänsehaut. Diese Filme haben mich mega gefesselt und sind auf unserer 12 Feet Pro Plattform exklusiv in deutscher Sprache anzusehen. Die beiden geben ihr Leben in England komplett auf und nehmen uns mit auf den Weg in ihr neues Leben, angefangen in Frankreich und aktuell endend in Spanien. Doch ihr Abenteuer geht unaufhaltsam weiter und weiter und weiter. Unglaublich fesselnd, sage ich euch. Darauf könnt ihr euch mega freuen. Danach, dazwischen oder davor kommen natürlich auch weitere Episoden und Filme von unseren europäischen Partnern, weitere How-To-Videos, Tutorials und vieles, vieles mehr. Eine super, aufregende und neue Zeit und ich hoffe, dass du ein Teil davon wirst. Vielleicht sehen wir uns ja schon bald auf einem Filmdreh. Wer weiß. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und bis dann. Ich wünsche dir jetzt noch bald auf meine Sonne.